Ja, ja, ja! Wow, ganz schön langer Flug. Ja, hier direkt ins Ernst-Hapel-Stadion. Wir sind zurück! Wahnsinn, einiges erlebt im Sommer. Das ist der fußballfreien Zeit, würde ich sagen. Hast du mich vermisst? Natürlich habe ich dich vermisst. Tichwort Ninja Warrior. Ja, haben wir im Sommer gearbeitet dran. Du moderierst die Show? Ja, genau, gemeinsam mit dem Flocknöckel. Auf der Suche nach dem Ninja. Ich mache den Backstage-Reporter. Hier sind auch schon die Kandidaten. Sind alle gut drauf? Ja! Und wir sind älter geworden. Obwohl man es nicht sieht. Nein, nicht wirklich. Happy Birthday, lieber Mario. Happy Birthday to you. Und was natürlich nicht fehlen darf, wir waren auf Urlaub. Alles schön und gut. Aber jetzt geht es wieder um Fußball. Erster Spieltag der Europa League. Und gleich kommt dann mal der AC Milan. AC Milan. Hier ins Wiener Ernst-Happel-Stadion. Großer Verein. Lieblingsklub meiner Kindheit, muss ich sagen. Und 1990 genau hier im Happel-Stadion Champions League Sieger geworden. Also damals Europapokal der Landesmeister. Die Vorfreude ist groß. Deswegen gehen wir gleich mal in die Heiligenhallen-Pressekonferenz mit Thorsten Fink. Auf geht's! Jetzt kommt es fort zum Spiel. Alle freuen sich natürlich auf dieses Spiel. Das ist ein Top-Gegner, den man natürlich nicht jedes Jahr hier haben kann. Von daher sollten wir uns alle freuen auf den AC Milan. Eine Mannschaft, die eigentlich den Alltag haben sollte, diese Europa League zu gewinnen. Trotzdem erwarte ich von meiner Mannschaft, dass wir frech und mit tollem Fußball nach vorne spielen. Dass wir uns nicht nur verstecken. Unser Kommentator Michi Giger im Gespräch mit den Trainern Thorsten Fink. Genau, so Trainergespräch machen wir noch. Schauen wir mal vorbei. Mit den Zeug ausgarten. Welche Geheimnisse gab es noch? Geheimnisse? Habe ich zu viel verraten, oder? Nein, nein, nein. Ich habe nicht zu viel verraten. Du kannst ja nichts verraten. Mailand muss ja auch schon ein bisschen einstehen auf uns. Das ist Optimismus. Das ist auch in Brasilien. Das wäre toll. Wenn das passiert, dann bin ich zufrieden. Meils Salz hervorragend. Wurschen. Braucht es Hilfe beim Rasenmähen? Ich will das. Ja? Ja. Technisch. Nein. Lassen wir ihn machen. Damit morgen alles passt. Er ist der Profi. Wir konzentrieren uns auf unsere Dinge. Wir sind zurück. Genau. Schuster bleibt bei deinen Leisten. So, da hinten ist das Büro von Bruno. Schauen wir mal, ob er alles im Griff hat. Bruno, alles im Griff! Bruno, alles im Griff! Rush Hour in Wien. Verdammt viel Verkehr. Wir fahren jetzt zum Mannschaftshotel vom AC Milan ins Kempinski Hansen. Und da sind sie untergebracht. Und schauen, ob wir die Stars vom AC Milan noch von der Linze bekommen. Genau. Du hast da was überlegt, dass sie dich nicht erkennen. Aber was genau? Das blaue Kapo wird's nicht sein, oder? Nein, nein, nein. Inspektor... ...Colambo. Einen hab ich noch. Einen hab ich noch. Wo ist die Zigarre? Ich bin nicht trocher. Los geht's! So, der Elke Minsky. Da sollen sie schlafen. Da schauen wir jetzt mal rein. So, und jetzt geht's los. Jetzt kommt auch der Milan Bus. Wir sind ja da. Warum bist du da? Ich hab gesehen, der Bus kommt mit dem Auto. Du sollst zur Presse kommen, ich frage ich jetzt. Ach, da sind die Spieler. Hallo! Die Biene ist eine sehr schöne Stadt. Die Biene ist eine sehr schönste Stadt. Sie sind alle doppelte. Man sieht, dass Dien eine tolle Stadt ist. Für Touristen. Ich sehe, ihr seid jetzt alle zu zweit. Euch dürft Wien taugen. So, habiamo finito il lavoro. Was ist das hier? Einfach nur finito. Wir haben die Arbeit erledigt. Und ja, im Ausland sind wir oft gemeinsam essen. Größere Gruppe heute. Man muss zu zweit. Ja, und weil er italienischer Gegner in der Stadt ist, gehen wir jetzt? Ganz klassisch essen. Und zwar? Chinesisch. Also der AC Milan hat ja chinesische Investoren. Die haben ordentlich viele Millionen reingefuttert in den Verein. Hier dürften wir ordentlich viel Chili in deiner Suppe haben. Wie ist das? Scharfe Warentanzuppe. Dass du morgen fit bist, bitte. Europa League Start. AC Milan. Zu Gast bei uns im Wiener Ernst-Happelstadion. Wir sind bereit. Wir stoßen an aufs erste Spiel in der Europa League. Prost! Kommen wir mal runter. Und ja, wir freuen uns auf das erste Spiel. Also, die Eurofighter fliegen wieder. Buonanotte, ci vediamo!